Mein Name ist Oberarzt Dr. Christian Keller. Ich bin hier in der Klinik für Kardiologie, Pneumologie und internistische Intensivmedizin tätig. Ich möchte auch ganz herzliche Grüße von meinem Chef, Professor Bergmann, ausrichten, der heute nicht dabei sein kann, aber der Sie, wie gesagt, herzlich grüßen lässt und der, wie Sie wahrscheinlich mitbekommen haben, die Nachfolge von Professor Müller-Emsen übernommen hat und sich auch stets über Ihre Fragen und Anregungen freut. Wir sprechen heute über Cholesterin, Cholesterin und Blutfette, Diät oder Pille. Was gibt es Neues? Das Thema Cholesterin ist ja ein sehr prominentes Thema. Vieles wird in der Presse und auch im Fernsehen und so weiter immer mal wieder erklärt und dargestellt und es gibt große Missverständnisse bei diesem Thema. Eigentlich vieles, was gesichert ist oder als gesichert zu gelten hat, aber auch immer wieder viele Stimmen, die sich melden und die sich kritisch äußern, in manchen Dingen zu Recht, in anderen Bereichen völlig zu Unrecht und ich möchte da einen kleinen Überblick geben, was jetzt so der Stand der Kenntnis ist. Ich habe Ihnen hier schon mal ein schönes Bild aus meinem Urlaub mitgebracht, wo wir selber Burger zubereitet haben. Auch ein Thema, was kann ich mit der Ernährung denn beeinflussen und welchen Stellenwert haben die Medikamente. Zunächst mal zur Erklärung, wie ich den Vortrag gliedere. Es sind eigentlich nur drei Punkte. Der vierte Punkt sind dann schon Ihre Fragen. Zunächst mal, was ist Cholesterin und wofür brauchen wir das überhaupt? Welche Krankheitsbedeutung hat es auf der anderen Seite und wie behandeln wir erhöhte Cholesterinwerte? Und wann muss man sie behandeln? Ich orientiere mich dabei natürlich stets an den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Die hat extra 2019 hier nochmal neue Leitlinien rausgegeben und da stehen sehr gut gegliedert und übersichtlich die wichtigsten Punkte auch für die behandelnden Ärzte gerade drin. Ich fange mit Punkt 1 einmal an. Was ist Cholesterin? Wozu benötigt es unser Körper? Cholesterin, muss man sagen, ist eine lebensnotwendige Substanz. Es ist ein fettähnlicher Stoff, der zum großen Teil in der Leber produziert wird. Also der Körper stellt den Hauptanteil des Cholesterins selber her, was schon zeigt, dass es eine immense Bedeutung für die Körperphysiologie hat und auch für die Körperanatomie hat. Im Wort Cholesterin steckt Kohle drin, Galle. Das liegt daran, dass schon im 18. Jahrhundert dieser Stoff in der Gallenflüssigkeit entdeckt wurde, aus der Gallenflüssigkeit isoliert werden konnte. Die Gallensäuren bestehen ja aus Cholesterin und sind wichtig für die Verdauung, für die Fettverdauung. Jede Zellmembran, also der Fettfilm, der jede Zelle umgibt, besteht unter anderem aus Cholesterin. Cholesterin hält die Zellmembranen flüssig, erhöht die Flüssigkeit der Zellmembran. Hier habe ich mal so ein Bild benutzt, um Ihnen zu zeigen, wie so eine Zellmembran aufgebaut ist. Da sind diese kleinen kugeligen grünen Ketten, die hier drin hängen und diese blauen Eiweiße und dann dazwischen sind diese gelben Strukturen, die sind das Cholesterin und die sind in diesem Fettfilm verteilt und schwimmen darin und erhöhen die Flüssigkeit. Steroidhormone ist noch ein wichtiger Punkt, also Testosteron, Östrogen besteht aus Cholesterin, das Vitamin D3, das Sonnenhormon besteht aus Cholesterin. Und was noch ganz wichtig ist, ist auch die Ummantelung der Nerven im zentralen Nervensystem. Die Myelinscheiden bestehen aus Cholesterin und sind somit auch wichtig für die schnelle Weiterleitung der Erregung. Auf der anderen Seite ist ein zu viel an Cholesterin schädlich, vor allen Dingen, wenn andere Krankheitsfaktoren hinzukommen. Also wie so häufig in der Medizin ist es nicht so, dass ein isolierter Baustein krankhaft verändert ist und dann den Menschen zwangsläufig krank machen muss, sondern häufig kommen verschiedene Risikofaktoren dazu. Ich habe mal hier ein Bild von einem Gefäß, von einer Gefäßwand. Da sieht man oben diese flachen Zellen mit den dunklen Zellkernen. Das ist die innerste Schicht von der Gefäßwand. Das nennt man Endothel, also den Innenbezug der Gefäße. Und dann sehen Sie hier so eine Vorwölbung. Da sitzen Ablagerungen drin. Und zwar sind das Cholesterinablagerungen, die von Fresszellen aufgenommen wurden. Diese Fresszellen beladen sich mit diesem Cholesterin, was über eine Schädigung dieser Innenschicht, dieser Zellinnenschicht in die Gefäßwand gelangt ist. So eine Schädigung kann zum Beispiel auftreten durch hohen Blutdruck oder durch Diabetes, die Zuckerkrankheit, die die Gefäßinnenhaut schädigt. Oder auch Entzündungen können das machen. Zum Beispiel das Rauchen entzündet die Gefäßwände. Wenn man raucht, dann läuft ständig eine subtile Entzündung in den Gefäßen ab. Und die Gefäßinnenschicht wird geschädigt. Und wenn dann ein zu viel an Cholesterin im Blut schwimmt und in die Gefäßwand hineingelangt und oxidiert, so sagen wir. In Arterien ist ja Sauerstoff drin. Die Arterien transportieren ja das mit Sauerstoff beladene Blut. Und dieser Sauerstoff, der oxidiert, kann dieses Cholesterin oxidieren. Und es gelangt in die Gefäßwand, wird von diesen Fresszellen aufgenommen. Und diese Fresszellen nehmen so viel Cholesterin auf, dass die irgendwann so richtig wie ein Ballon aufgehen. Die nennt man auch Schaumzellen, weil sie so aufgebläht sind und mit weißem Cholesterinmaterial gefüllt sind. Und dann gehen die auch kaputt. Und es kommt zu weiteren Entzündungsreaktionen in der Gefäßwand. Und dann entsteht das, was wir die atherosklerotische Plag nennen. Diese Plag ist die Einlagerung von Fremdstoffen, wie eben dargestellt. Und dann buckelt sich das so in das Gefäßlumen, also in die Lichtung des Gefäßes vor. Und engt dieses Gefäß ein und kann dann zu Durchblutungsstörungen führen. Ich habe hier mal ein Laborblatt, einen Ausschnitt von einem Laborblatt mitgebracht. Da sieht man angegeben, dass Gesamtcholesterin hier als Cholesterin bezeichnet. Das ist mit 240 erhöht. Dann sieht man HDL-Cholesterin, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Das wird so landläufig als das gesunde Cholesterin bezeichnet. Stimmt auch nicht mehr so ganz. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass man sagen kann, je höher das HDL, desto gesünder. Das kann man so nicht mehr sagen. Aber in einem gewissen Bereich stimmt das sicherlich. Dieses HDL ist hier vermindert. Und das LDL-Cholesterin ist dann doch deutlich erhöht mit 207 mg pro Deziliter. Sodass wir hier von einer Cholesterin-Stoffwechselstörung ausgehen müssen. Und die Folgen davon sind allgemein Gefäßerkrankungen und hier im Speziellen die koronare Herzerkrankung. Also das, wovor sich auch jeder fürchtet. Der Herzinfarkt, der Schlaganfall und zu einem gewissen Anteil auch die arterielle Verschlusskrankheit. Die Schaufensterkrankheit, kennen Sie vielleicht auch diesen Begriff. Also durchblutungsgestörte Beine, die dann auch nicht mehr längere Strecken zurücklegen können. Man bleibt dann in regelmäßigen Abständen stehen, weil man die Schmerzen dann nicht mehr aushält und muss Pause machen. Das ist die Schaufensterkrankheit. Ich möchte jetzt einmal als Beispiel, ich bin ja Kardiologe, möchte hier einmal ein Beispiel einer koronaren Herzerkrankung zeigen. Da habe ich hier eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt. Da sehen Sie oben diese stabförmige Struktur. Das ist der Katheter und dieser Katheter steckt in der rechten Kranzader drin. Das ist dieses große C, was Sie hier sehen. Und da wird Kontrastmittel eingespritzt und jetzt sieht man das Gefäß. Und Sie werden mir zustimmen, dass diese Gefäßwand stark wandunregelmäßig ist und darüber hinaus auch Verengungen hat. Hier zum Beispiel in der Mitte, da ist eine hochgradige Verengung und hier weiter unten ist auch eine hochgradige Verengung. Diese Patientin hatte neben diesem chronischen Problem in der rechten Kranzarterie ein weiteres schlimmes Problem, nämlich eine verschlossene Vorderwandarterie. Da sehen Sie vorne diese Wolke. Das ist noch der Restdurchfluss durch dieses verschlossene Gefäß. Und dieses Gefäß habe ich versucht wieder aufzubohren. Da habe ich hier einen Draht reingelegt und habe dann dieses Gefäß mit einem Ballon. Da sieht man den Ballon aufgedehnt, dann einen Stent eingesetzt und dann ist der Durchfluss wieder hergestellt. Das war eine Notfallbehandlung, weil die Patientin einen akuten Herzinfarkt hatte durch dieses verschlossene Gefäß. Und Sie sehen jetzt, das läuft jetzt nach unten auf 18 Uhr. Da ist das Gefäß jetzt wieder vollständig vorhanden. Und das war natürlich schlimm für die Patientin, dass sie das erleben musste. Aber wir konnten sie dann mit dieser Behandlung retten. Wir kommen zum entscheidenden Punkt. Wann muss das erhöhte Cholesterin wie behandelt werden? Und man kann zusammenfassen, das ist eigentlich die wichtigste Aussage, dass Patienten, die schon mal ein Krankheitsereignis an den Gefäßen, also ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall oder eine gesicherte Gefäßkrankheit der Beine oder anderer Gefäße gehabt haben, dass die eine absolute Indikation, also ein Muss haben für eine cholesterinsenkende medikamentöse Therapie. Unterstützend gerne oder auch auf jeden Fall eine Änderung der Lebensgewohnheiten, Ernährungsumstellung, mehr körperliche Bewegung, Blutdruckeinstellung, all diese Dinge, kommen wir später auch nochmal zu, muss begleitend erfolgen. Das ersetzt aber die medikamentöse Therapie nicht. Das ist ein Punkt, der so gut untersucht ist wie wenig andere Dinge in der Medizin. Der Effekt der medikamentösen Cholesterinbehandlung völlig gleichgültig wie das anfängliche Cholesterin ist, ist eine absolute Indikation und muss mit der Hauptsubstanzklasse, die wir dafür benutzen, die Statine erfolgen. Wir nennen diese Behandlung Sekundärprävention. Sekundär, weil wir sozusagen eigentlich einen Schritt zu spät kommen, weil praktisch eine Erkrankung ist eingetreten und sekundär sagen wir jetzt, jetzt muss das Cholesterin als ein Hauptrisikofaktor behandelt werden. Und das ist, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Was ist mit den Patienten, die jetzt eigentlich noch gar keine Erkrankung gehabt haben? Dafür gibt es Risikoscores, Patienten, die also zum Hausarzt gehen und die sagen, Herr Doktor oder Frau Doktor, ich würde gerne mal wissen, was habe ich eigentlich für ein Risiko, eine Gefäßerkrankung zu erleiden? Spielt das Cholesterin da bei mir vielleicht eine Rolle? Dann gibt es Rechenscores, da werden verschiedene Punkte erfasst, die das Risiko bestimmen. Und wenn dort herauskommt, dass man ein mindestens 10%iges Risiko hat, während der nächsten 10 Jahre eine Gefäßerkrankung am Herzen zu erleiden, an der man auch potenziell verstirbt, dann ist das eine Indikation für eine medikamentöse Cholesterinbehandlung. Und der dritte Punkt ist eine schwere Nierenschwäche, die Niereninsuffizienz, wie wir sie nennen. Diese Niereninsuffizienz, das ist gewöhnlich definiert als eine Leistung der Niere unter 30 Milliliter pro Minute. Und das ist auch vergesellschaftet mit einem hohen Risiko, Gefäßerkrankungen zu erleiden, weil durch die mangelnde Nierenfunktion Nierengifte, Uremiegifte, subtile Entzündungen in den Gefäßen verursachen können und dadurch das Risiko für Gefäßerkrankungen stark erhöhen. Zweite Indikation, auch wieder medikamentös plus eine Anpassung der Lebensgewohnheiten besteht dann, wenn deutlich erhöhte Einzelrisikofaktoren vorliegen, also beispielsweise ein absolutes LDL-Cholesterin, also das schlechte Cholesterin von wenigstens 190, also der Patient von eben, Sie erinnern sich, hat ja über 200, oder zum Beispiel eine sehr starke Blutdruckerhöhung über 180 zu 110 Millimeter Hg. Oder wenn jemand eine Zuckerkrankheit oder eine mittelschwere Nierenschwäche hat, oder wenn jemand ein 5- bis 10-prozentiges Risiko hat, während der nächsten 10 Jahre an einem Myokardinfarkt, an einem Herzinfarkt zu versterben, aufweist. Dieses 5- bis 10-prozentige Risiko ergibt sich wieder aus diesem Rechenscore, den ich eben genannt habe. So sieht so ein Score aus, da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, das verwirrt nur. Da gehen Blutdruck- und Gesamtcholesterinwerte, Geschlecht- und Nichtraucher versus Raucher ein, und dann kann man damit das 10-Jahres-Risiko bestimmen. Das ist etwas, womit Ihnen Ihr Hausarzt oder Ihr Kardiologe helfen kann, und dann müssen Sie sich gar nicht kompliziert dadurch wursteln, sondern das kann dann der Profi für Sie übernehmen und Sie optimal beraten. Jetzt haben wir von den Leitlinien, die beiden oberen Punkte, sehr hohes Risiko und hohes Risiko, haben wir schon abgehakt. Das sind die beiden grünen Pfeile. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn mit den Patienten, die nur ein mittleres oder sogar nur ein niedriges Risiko haben, anhand dieser Scores eine schwere Gefäßerkrankung zu erleiden. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da bewegt man sich zumindest in einem Graubereich. Da weiß keiner so ganz genau, wie stark es dem Patienten jetzt hilft, ihn medikamentös zu behandeln. Deswegen haben die Leitlinien das auch sehr vorsichtig ausgedrückt. Ich habe Ihnen das mal rot eingerahmt und unterlegt. Also Personen mit einem mittelschweren, hier wird moderat, wird es moderat genannt, sollte ein LDL-Cholesterin-Zielwert von unter 100 mg pro Deziliter erwogen werden. Also immer dann, wenn Leitlinien so Wörter benutzen wie sollte und erwogen werden, dann drückt das schon so ein bisschen aus, dass man das genau prüfen muss und dass man individuell mit dem Patienten das Detailrisiko möglichst gut erfassen muss, um eine möglichst genaue Vorstellung davon haben zu können, hilft man dem Patienten jetzt mit einer medikamentösen Therapie oder ist sie gegebenenfalls überflüssig? Und andersherum braucht vielleicht jetzt gerade dieser Patient, der eigentlich nur ein Cholesterin vielleicht von 130 oder 120 hat, braucht vielleicht gerade der doch eine medikamentöse Behandlung, weil andere Faktoren mit reinspielen, die sein Risiko jetzt individuell erhöhen. Und genauso ist es bei den Patienten mit dem, Personen mit dem niedrigen Risiko. Ja, also vielleicht ein Patient, der ein Cholesterin von 130 hat, der nicht Raucher ist, einen guten Blutdruck hat, aber der vielleicht in der Familie eine deutliche Häufung von Herzinfarkten aufweisen muss. Vielleicht ist der Vater schon früh an einem Herzinfarkt verstorben oder Ähnliches, wo man dann doch überlegen muss, ist hier nicht eine präventive Behandlung mit einem Medikament, mit einem Statin erforderlich. Das ist etwas, was ich für Sie im Allgemeinen jetzt nicht mit einem Kochrezept beantworten kann. Das ist etwas, was Sie mit Ihrem Arzt oder auch gerne mit uns besprechen können und sollen. Denn das kann nur der Profi auseinander dividieren, wie stark jetzt die Indikation ist, Sie mit einem Medikament zu behandeln oder auch sogar weitere Untersuchungen folgen zu lassen oder voranzuschalten. Wenn man das alles jetzt wunderbar berechnet hat, dann gibt es hier in tabellarischer Form Empfehlungen, wie man den Patienten entsprechend behandeln soll. Ja, hier wird dann in grün unterlegt, wird gesagt, der Patient wird bezüglich seines Lebensstils beraten. Also man sagt, guck mal hier, da könntest du es noch verbessern, ein bisschen mehr körperliche Bewegung oder ein bisschen gesünder ernähren, weniger tierische Fette oder dies oder jenes. Lebensstiländerungen mit einer eventuellen medikamentösen Therapie ist hier als gelb unterlegt gekennzeichnet. Und die absolute Indikation, also sprich klare Anweisung zur Lebensstiländerung und eine medikamentöse Therapie ist dann hier rot. Auch hier jetzt möchte ich gar nicht zu differenziert darauf eingehen und das jetzt in verschiedenen Szenarien durchspielen. Das, glaube ich, verwirrt nur und langweilt auch ehrlicherweise. Denn Sie an den Bildschirmen jetzt interessiert ja vor allen Dingen Ihr spezieller Fall. Und da stehe ich dann für Fragen auch gleich zur Verfügung. Wie soll denn dann jetzt behandelt werden? Was heißt das denn überhaupt, Lebensstiländerung? Ganz wichtig, nicht rauchen. Rauchen ist einer der Hauptrisikofaktoren für Gefäßerkrankungen aller Art. Rauchen muss aufgegeben werden. Die Ernährung ist ein Punkt, der geringfügig erhöhte Cholesterinwerte absenken kann, also LDL-Cholesterin absenken kann. Wobei der Effekt bei Patienten, die eine klare Behandlungsindikation haben, eher gering ist. Man muss wissen, dass der Hauptcholesterinanteil in der Leber produziert wird. Und die Art, wie die Leber das Cholesterin produziert, beziehungsweise die Menge, die die Leber produziert, ist stark genetisch vorbestimmt. Und wenn Sie ein LDL-Cholesterin haben von 160 und es dann schaffen, mit einer radikalen Diät und Umstellung Ihrer Lebensgewohnheiten dann das Cholesterin vielleicht auf 145 oder 148 abzusenken, dann ist das ein bemerkenswerter Erfolg jetzt für Sie, dass Sie sich da auch so kontrolliert haben. Es ist aber ehrlicherweise ein Effekt, der zu gering ist. Und der, vor allen Dingen, wenn man wirklich gefährdet ist, eine Gefäßerkrankung zu erleiden, dann auch einfach nicht ausreicht. Dann muss medikamentös therapiert werden, sodass ich den Punkt Ernährung und auch körperliche Aktivität auf jeden Fall als wichtig herausstellen will. Ergänzend ist das essentiell, vor allen Dingen zur Absenkung der Triglyceride. Das ist eine bestimmte Art von Fett, die auch im Blut nachweisbar ist. Triglyceride und für die Erhöhung des gesunden Cholesterins HDL. Aber der Effekt insgesamt ist in vielen Fällen doch sehr begrenzt. Körpergewicht, also Minderung des Talienumfangs und des ungesunden Bauchfettes ist noch ein wichtiger Punkt. Und die Blutdruckeinstellung ist auch sehr wichtig, da erhöhter Blutdruck in den Arterien, wie eben eingangs erwähnt, die Innenschicht der Gefäße schädigt und damit die Atherosklerose begünstigt. Hier noch ein Punkt zur Lebensmittelauswahl. Es ist relativ breit bekannt, dass man ungesunde Fette, also tierische Fette, Transfette, die sich vor allen Dingen in Backwaren und in Croissants und so weiter befinden, dass man die meiden soll, beziehungsweise, dass diese Fette nur einen geringen Anteil an der Ernährung haben soll. Frisches Gemüse, Obst und gesunde Fette aus Olivenöl oder Rapsöl oder was auch immer ist zu bevorzugen. Das sind auf jeden Fall Punkte, die unterstützend, wie eben erwähnt, zum Einsatz kommen sollen. In Verbindung am besten mit moderater körperlicher Ertüchtigung. Noch ein paar Worte zu den Medikamenten. Ich hatte es eben erwähnt, die Medikamentenklasse, die wir hauptsächlich einsetzen, sind die sogenannten Statine. Die haben verschiedene Vorsilben. Also hier habe ich mal das Atorvastatin als für den wichtigsten Vertreter in der Behandlung einmal hier aufgeführt. Die anderen Statine, die dann chemisch so ein bisschen modifiziert sind und die meistens auch ältere Vorläufer-Substanzen sind, wie das Simvastatin oder das Pravastatin, sind ebenfalls Medikamente, die zum Einsatz kommen können. Wir bevorzugen, wie gerade gesagt, das Atorvastatin oder das Rosuvastatin. Das sind die potentesten, also stärksten Statine, die den günstigsten Effekt haben. Kombiniert werden kann dieses Medikament mit dem rechts daneben dargestellten Ecetimib. Das ist ein Mittel, was die Cholesterinaufnahme aus dem Darm senkt und auch nochmal einen Zusatznutzen, so ungefähr um 20 Milligramm pro Deziliter an Zusatznutzen bringen kann. Also es ist ganz gut untersucht worden in einer Studie, dass Patienten, die so ein LDL-Cholesterin von 70 oder 75 Milligramm pro Deziliter haben, die können das schaffen, dann mit dem Ecetimib zusätzlich auf 75 oder, Entschuldigung, auf 55 oder 50 Milligramm pro Deziliter zu kommen und da ist auch gezeigt worden, dass nochmal die Rate an Durchblutungsstörungen im Herzmuskel, also Herzinfarkte, nochmal gesenkt werden kann. Diese Mittel gibt es auch als Kombination in einer Tablette links unten, da dann jetzt in Verbindung mit dem älteren Simvastatin und ganz rechts unten ist eine neue Medikamenten-Klasse, die haben einen ganz, ganz wilden Namen, die heißen PCSK9-Inhibitoren. Das sind Mittel, die man spritzen muss. Alle paar Wochen muss man die ins Bauchfett spritzen, das kommt in Betracht, dieses Mittel kommt in Betracht, wenn Patienten das Problem haben, trotz der höchsten Dosis an Statin einfach nicht auf die Zielwerte kommen können. Diese Medikamente sind die neuesten, sind die teuersten und auch die stärksten Medikamente. Aus diesem Grund kommen sie wirklich nur in Betracht, wenn keine andere Therapieform wirksam genug ist. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hier einen interessanten Überblick geben. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und würde mich jetzt über Ihre Fragen freuen. Ich probiere jetzt einmal ganz an den Anfang zu gehen. Da ist von dem Herrn ganz am Anfang gefragt worden, was bedeutet LDL und HDL-Cholesterin? Ja, also Cholesterin ist ja eine fettähnliche Substanz und kann nicht im flüssigen Blut, was ja zum großen Teil aus Wasser besteht, einfach herumschwimmen, sondern es muss sozusagen emulgiert werden, wie die Fettröpfchen in der Milch. Und die Cholesterine, je nachdem in welche Richtung sie transportiert werden, werden an Eiweiße gekoppelt. Und zwar werden sie von Eiweißen eingehüllt. Und das Cholesterin, was aus der Leber zu den Zielorganen gebracht wird, das heißt LDL. Das ist eine Abkürzung und steht für Low Density Lipoproteins. Und das sind Lipoproteine, also Cholesterin mit Eiweiß, von geringer Dichte. Und die sind besonders cholesterinreich und sind die Cholesterinart, die Atherogen wirkt, also die vermag, Gefäßplugs auszulösen. Das HDL steht jetzt nicht etwa für healthy, also gesund, obwohl man es sich damit eigentlich ganz gut merken kann, sondern es steht für High Density Lipoproteins, also Cholesterin-Eiweiß, Verbindungen höherer Dichte. Und dieses HDL ist immer beworben worden oder ist immer verstanden und aufgegriffen worden als das gesunde Cholesterin. Denn in der Tat bringt dieses HDL das Cholesterin aus den Gefäßwänden zurück zur Leber. Putzt also sozusagen die Gefäßwände und ist deswegen ein Cholesterin, was gerne doch eher im höheren Bereich angesiedelt werden soll. Also wenn Patienten, jüngere Frauen haben das zum Beispiel sehr, sehr häufig, die haben dann hohe HDL-Werte von 55 oder 60 und man geht davon aus, dass diese Werte protektiv, also schützend sind. Das muss man sagen, ist jetzt mittlerweile zum Teil auch überholt. Also die Wissenschaft hat sich da weiterentwickelt und man weiß mittlerweile, dass Patienten mit sehr hohen HDL-Werten nicht mehr davon profitieren von diesen hohen HDL-Werten. Also Patienten, die jetzt 70, 80 oder 90 Milligramm pro Deziliter haben. Diese Patienten sind jetzt nicht unbedingt besser geschützt, sondern im Gegenteil, da ist dann jetzt der HDL-Wert so hoch, Entschuldigung, dass dieser HDL-Wert jetzt so hoch, dass auch dieses Cholesterin durch den Sauerstoff oxidieren kann und in den Gefäßwänden abgelagert werden kann. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht mehr einen linearen Zusammenhang, sondern wir haben jetzt sozusagen eine U-förmige Kurve. Also über einen bestimmten Bereich mit steigendem HDL geht die Ereignisrate, geht die Durchblutungsstörungsgefahr nach unten und dann irgendwann, wenn das HDL wieder hoch geht, ab 70, 80, 90 Milligramm pro Deziliter, dann steigt die Rate an Gefäßerkrankungen auch wieder an. Ich klicke mich hier noch einmal durch, ob wir noch interessante Fragen haben. Das ist bislang nicht der Fall. Warten wir noch mal eben, kommt bestimmt noch jemand auf eine gute Idee. Ich kann die Zeit, die verbleibende Zeit vielleicht noch nutzen, noch ein Angebot zu unterbreiten und einen Aufruf zu starten. Sie alle haben sich ja jetzt hier in dieses Webinar eingeloggt, weil Sie sich für dieses Thema sicherlich aus Ihren persönlichen Gründen interessieren. Vielleicht haben Sie selber eine Cholesterin Stoffwechselstörung, vielleicht haben Sie selber schon eine Gefäßerkrankung erlitten. Und ich habe auch mit Freude zur Kenntnis genommen, dass über die letzten Jahre, wo ich diese Veranstaltung ja jetzt mache, dass ich sogar Interessierte jedes Jahr immer wieder in der Veranstaltung begrüßen durfte, die sich immer sehr interessiert für das Thema gezeigt haben und die auch sehr konkrete Fragen und Anliegen hatten. Und wir in Altona jetzt unter der Leitung von Professor Bergmann haben ja ein großes kardiologisches Spektrum, Diagnose- und Therapiespektrum, was wir anzubieten haben und haben breite Möglichkeiten, sie individuell zu beraten, ihr Risiko zu bestimmen und alle notwendigen diagnostischen Schritte ihnen anzubieten, mit ihnen zu besprechen und dann auch durchzuführen, sodass ich sie herzlich einladen möchte, sich an uns zu wenden. finden, ich würde gegen Ende auch meine E-Mail-Adresse hier noch einmal hineinschreiben, dass sie die alle sich notieren können und dann sind sie herzlich eingeladen, sich per E-Mail bei mir zu melden und dann geben wir uns Mühe, eine Lösung für ihr Anliegen zu finden, ganz unkompliziert und ohne, dass sie lange auf Termine warten müssen. Hier ist eine Frage, welche Medikamente sind gut nur für die Triglyceride? Also hier ist ein Patient oder eine Patientin, die offenbar erhöhte Triglyceride hat. Die Triglyceride kennen Sie vielleicht den Begriff, das sind die Fette, die auch das Speicherfett darstellen. Also das ist das Fett, was ich jetzt nicht, aber andere Menschen im Unterhautfettgewege abgelagert haben und dieses Speicherfett gibt es auch in einer Form im Blut, dort schwimmt es herum und ist auch ein Energiestoff. Also diese Triglyceride werden in die Zellen aufgenommen, vor allen Dingen dann, wenn man nüchtern ist, also wenn man sozusagen von den Reserven zehren muss, dann werden diese Triglyceride in die Zellen aufgenommen und werden dort verbrannt, biochemisch verbrannt und werden dann und die Energieausbeute wird dann benutzt, um den Körper am Laufen zu halten. Auch diese Triglyceride können im Blut erhöht sein, gewöhnlich je nach Labor ist da der Grenzwert 150 bis 200 Milligramm pro Deziliter und auch diese Triglyceride können, wenn sie über lange Zeit und in einem relevanten Maß erhöht sind, dann können auch diese Triglyceride können Gefäßerkrankungen Vorschub leisten, die können auch eine Menge andere Erkrankungen machen, sehr hohe Werte zum Beispiel können auch Bauchspeicheldrüsen Entzündungen auslösen und deswegen ist das auch eine Fettstoffwechselstörung, die man auf jeden Fall ernst nehmen muss, die man nicht links liegen lassen sollte. Interessanterweise gehen die Triglyceride sehr stark nach oben, wenn man einen gewissen Lebensstil führt, also wenn man sich wenig körperlich bewegt, also wenig Sport macht, wenn man viel Alkohol trinkt, Alkohol hat einen hohen Brennwert, hat fast so viel, liefert pro Gramm fast so viel Kilokalorien wie Fett, also ein Gramm Alkohol liefert sieben Kilokalorien Energie, Fett liefert neun Kilokalorien pro Gramm, also ist davon nicht weit entfernt und regelmäßiger stärkerer Alkoholkonsum erhöht relevant die Triglyceride. Der dritte Punkt ist eine Zucker und fettreiche Ernährung und daraus ergeben sich eigentlich auch schon die Hauptempfehlungen für die Behandlung einer Hyper-Triglyceridemie, wie wir sie nennen, also eines erhöhten Triglyceridspiegels im Blut. Man sollte darauf achten, viel frisches Gemüse und Obst und jetzt wenig kristallinen Zucker und wenig tierische Fette zu konsumieren, sollte ruhig alle zwei bis drei Tage 30 Minuten moderat Ausdauertraining betreiben und sollte ruhig mal Alkoholkarenz halten. Und meistens ist es dann schon so, wenn man dann sechs bis acht Wochen später die Triglyceridspiegel kontrolliert, dann sind die meistens schon relevant abgesenkt oder sogar normalisiert. Sollte das nicht ausreichen. Kommen auch hier Medikamente in Betracht. Das Atorvastatin, also die Substanz, die ich eben hier schon gezeigt habe, hat auch einen deutlichen Effekt auf die Triglyceride, da nicht nur das LDL, also das Cholesterin, was ich eben hier erklärt habe, senkt, sondern weil es auch die sogenannten VLDL, das sind die Eiweiß-Cholesterin-Verbindungen, die die Triglyceride transportieren, erfolgreich absenkt. Also erster Schritt bei den hohen Triglyceriden Lebensstilumstellung, körperliche Bewegung, Ernährung und Alkohol und dann in zweiter Linie medikamentöse Therapie auch mit einem Statin. So, ich würde mich außerordentlich noch über weitere Fragen freuen. Vielleicht haben Sie ja noch Punkte, die Sie, die unklar geblieben sind oder eine spezielle Konstellation von Ihnen persönlich, die Sie vielleicht kurz und knapp hier darstellen können, auf die ich noch kurz eingehen kann. und dann noch ein So, bislang tut sich noch nichts, vielleicht sind auch schon alle Unklarheiten beseitigt worden. Vielleicht noch eine Sache zu Nebenwirkungen. In den Medien sieht man bei Zeiten, ich will mal sagen Gegendarstellungen, die die medikamentöse Cholesterinbehandlung sehr, sehr negativ beurteilen. Und ohne das jetzt en detail erörtern zu wollen, möchte ich auf jeden Fall festhalten, dass es in der Medizin nie eine Aussage geben kann, das ist gut oder das ist schlecht. Es ist immer eine Frage der Indikation. Ein Medikament ist ein Medikament und ist eine Substanz, die nicht gottgegeben ist, die wurde entwickelt. Das ist eine per se synthetische, unnatürliche Substanz. Darüber sind wir uns alle im Klaren. Aber diese Medikamente haben einen großen Segen und einen großen Benefit für Menschen, die eine Cholesterinstoffwechselstörung haben und die sehr gefährdet sind, durch den erhöhten Cholesterinspiegel weitere Krankheitsereignisse zu erleiden. Daher ist die Aussage, die Medikamente sind schlecht, die sind schädlich, die sind nebenwirkungsträchtig, zunächst einmal in dieser Pauschalität nicht richtig. So eine Aussage kann nicht richtig sein, weil sie überhaupt nicht unterscheidet, welchen Patienten habe ich denn jetzt vor mir. Eine medikamentöse Behandlung, die nicht angezeigt ist, ist immer schlecht, weil die Negativaspekte des Medikaments dann automatisch überwiegen. Die Hauptmedikamentenklasse, die wir einsetzen, die Statine, können in seltenen Fällen Nebenwirkungen haben, aber diese Nebenwirkungen sind oft beherrschbar. Sie sind auf jeden Fall ein Punkt, der nicht dazu führen sollte, dass das Medikament eigenmächtig abgesetzt wird, sondern dass mit dem Arzt Rücksprache gehalten wird, der das Medikament verschrieben hat oder der sich besonders gut damit auskennt. Denn nur dann besteht die Chance, dass man die Nebenwirkungen erfolgreich angehen kann, dass man sie eventuell durch geringe Modifizierung der Dosisstärke oder des Medikaments beheben kann, sodass man dann doch von dem positiven Effekt des Medikaments profitieren kann. Hauptnebenwirkungen, die auch in den Medien immer dargestellt wird, sind die Muskelschmerzen. Das ergibt sich aus dem Wirkmechanismus der Statine in den Muskeln, die ja sehr stark Brennstoffe brauchen, gibt es eine fettähnliche Substanz, die auch gebildet wird aus Cholesterin. Und manche Patienten haben, wenn sie ein Statin nehmen, vor allem wenn sie es in höherer Dosierung einnehmen müssen, dann das Problem, dass diese fettähnliche Substanz, die nennt man Coenzym Q, die sitzt in den Mitochondrien, in den Kraftwerken unserer Zellen drin, haben dann das Problem, dass davon vielleicht nicht mehr genug hergestellt wird und dann können sich Muskelschmerzen einstellen. Aber wie gesagt, das ist eine Nebenwirkung, die oft auch gut beherrschbar ist mit ein paar Modifizierungen oder mit ein paar Begleitmaßnahmen, die dann zum Erfolg führen. Hier ist noch eine Nachfrage. In der Tat gibt es eine andere Medikamentenklasse, mit der man hohe Triglycerid-Werte behandeln kann. Das sind die sogenannten Fibrate. Hier wurde speziell nochmal darauf angesprochen. Die Fibrate haben dann eine Indikation tatsächlich, wenn eine isolierte, sehr krankhafte Triglycerid-Stoffwechselstörung vorliegt, die man speziell dann maßgeschneidert mit einem Medikament aus dieser Klasse behandeln muss. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass diese Medikamentenklasse an Stellenwert immer weiter verloren hat. Wir sehen nur noch selten Patienten, die mit einem Fibrat behandelt werden, da meistens kombinierte Fettstoffwechselstörungen vorliegen, die dann doch, wie eben dargestellt, mit einem Statin behandelt werden, mit der man dann sowohl das LDL-Cholesterin als auch die Triglyceride beeinflussen kann. Die Fibrate setzen tatsächlich isoliert an den Triglyceriden an, ohne die günstigen Effekte dann auf den LDL-Cholesterin-Stoffwechsel zu entfalten. Daher Fibrate wirklich nur dann bei spezieller Indikation und dann wirklich durch den Fachmann, der das gut auseinanderhalten kann. So, da hat noch eine Patientin gerade angefangen zu schreiben, traut sich aber glaube ich nicht so richtig. Nur Mut. Keine Sorge, Ihre Fragen bleiben auch anonym, die kann nur ich lesen. Also, Ihre Name bleibt anonym, Ihre Fragen, die kann aber trotzdem nur ich lesen, die anderen Teilnehmer können sie nicht lesen, sodass ich immer ohne Namen zu nennen dann die Frage verlese und wir dann hier auch den Datenschutz sicherstellen. So, hier wird gefragt, ob nach Beginn einer medikamentösen Therapie und begleitender Reduktion der sonstigen Risikofaktoren beziehungsweise der Lebensstiländerung, also Ernährungsumstellung und so weiter, ob dann gegebenenfalls die medikamentöse Therapie wieder ausgeschlichen werden kann. In Einzelfällen kann das in Betracht kommen. Tatsächlich gibt es Patienten, die vorübergehend eine medikamentöse Therapie brauchen, um sozusagen initial anfänglich die cholesterinsenkende Therapie anzustoßen und die dann, wenn sie dann zwei, drei, vier Monate es geschafft haben, wirklich ihren Lebensstil zu ändern und das dann auch weiter aufrechterhalten können, die dann versuchen, das Statin vielleicht dann mal wegzulassen und kontrollieren dann sechs bis acht Wochen später die Werte nochmal. Das kann tatsächlich in Betracht kommen, wenn die Werte nur moderat erhöht sind und es dann tatsächlich gelingt, diese Werte dann so abzusenken, dass kein Medikament mehr in Betracht kommen muss. Das kann in Einzelfällen wirksam sein. Aus meiner Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass wir meistens Menschen antreffen, die es mit Lebensstiländerung einfach nicht schaffen, den Cholesterinspiegel so abzusenken, dass es ausreichend ist. Denn wie eben auch gesagt, auch durch radikale Diäten oder Ernährungsumstellungen gelingt es manchmal nur, um 10 oder 15 Milligramm pro Deziliter das Cholesterin abzusenken und das ist dann einfach nicht ausreichend. Zumal die anderen günstigen Effekte von dieser doch sehr ausgeprägten Cholesterinsenkung dann gar nicht voll ausgeschöpft werden. Das heißt, begleitende Maßnahmen immer ja, klares ja dazu, weil auch die medikamentöse Therapie dann einfach stärker wirksam ist und weil es auch generell gesundheitsfördernde Aspekte innehat. Es geht ja nicht nur um das Cholesterin, sondern die günstigen Effekte von einer gesünderen Ernährung und von körperlicher Ertüchtigung, die dehnen sich ja auch auf andere Bereiche aus. Man weiß beispielsweise, dass eine Reduktion des Konsums von rotem tierischen Fleisch sich auch günstig auf die Darmkrebshäufigkeit auswirkt. Es wirkt sich günstig auf den Blutdruck aus. Und diese Dinge, von diesen Dingen will man ja auch profitieren. Das heißt, es ist immer eine Gesamtreduktion verschiedener Risikofaktoren, die man dann kombiniert absenken will, um maximal von diesen Maßnahmen zu profitieren. Und es ist nie ein Risikofaktor oder sehr selten ein Risikofaktor alleine. Wir haben selten Patienten, die wirklich nur einen Risikofaktor haben, also beispielsweise ein extrem erhöhtes Cholesterin, was genetisch bedingt ist. Das gibt es in Ausnahmefällen mal, dass ein 18-Jähriger in die Sprechstunde kommt und hat ein LDL-Cholesterin von 320, weil er eine genetische Veranlagung dazu hat und aber nicht raucht, keine familiäre Vorgeschichte für Herzinfarkt, Schlaganfälle hat, keinen erhöhten Blutdruck hat, keinen Diabetes hat, keine Nierenschwäche. Das gibt es, das ist dann ein Risikofaktor, der wird dann medikamentös behandelt. In den meisten anderen Fällen ist es eine Kombination aus Risikofaktoren. Also der Patient oder die Patientin, die an dem metabolischen Syndrom, also an dem Wohlstandssyndrom leidet, mit zu hohem Körpergewicht, mit Vermehrung des Viszeralen, also des Eingeweidefettes, vielleicht noch Raucher, Cholesterinstoffwechselstörungen, eine Leberverfettung, also die Manifestation der Fettstoffwechselstörungen an der Leber und so weiter und so fort. Und dann, wenn man diese Patienten aber hat, da muss jeder Risikofaktor optimal behandelt und eingestellt werden. Ja, liebe Patientinnen, liebe Patienten, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich würde jetzt die Schlussworte sprechen, während derer Sie noch Zeit haben, jetzt noch schnell eine Frage zu platzieren. Die würde ich dann selbstverständlich beantworten. Ansonsten sind wir jetzt am Ende der Zeit und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, es hat Ihnen einen guten Überblick verschafft und Sie haben alle Fragen so jetzt für sich beantworten können. Wie gesagt, erneut das Angebot. Ich würde das mal in den Chat hineinschreiben. Das ist jetzt meine E-Mail-Adresse. Das ist meine E-Mail-Adresse, meine berufliche E-Mail-Adresse. Hier können Sie, falls Ihnen später noch was einfällt, falls Ihnen was auf dem Herzen buchstäblich liegt, was Sie unbedingt kurzfristig mit einem Kardiologen besprechen möchten, dann wenden Sie sich gerne an mich. Wir freuen uns, wenn Sie sich mit Ihren Problemen an uns wenden. Dafür sind wir da. Professor Bergmann und sein Team, der leitende Oberarzt, Dr. Talone, meine Wenigkeit, Dr. Rolfes, Dr. Deiss, Dr. Schaumann, Dr. Dielmann, Dr. Hauber. Das ist das Team unserer Klinik, die miteinander verzahnt Diagnostik und Therapie bei Ihnen steuern und durchführen. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Ich schaue ein letztes Mal, ob es noch eine Frage gibt. Ich sehe, dass das nicht der Fall ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen recht schönen Abend. Bis demnächst. Schöne Grüße aus Altona.